Das ist zum Beispiel eine Runde, wo ich glaube, da dürfte es ganz gut gehen, ja. Die haben als Damage-Dealer nur eine Li Ming. Ich habe eine Sonja. Zwei Tanks, ein Healer und ein Xul, also den einzigen DD, da kannst du die Skillshots ausweichen mit den Blinks, also... Die Runde müsste gut gehen für uns, normalerweise. Ja, ich reiß direkt mal die Bot Lane ein. Ja, aber wie gesagt, meine Meinung, also im Moment bin ich mit Tracer auch noch nicht so warm. Ich glaube aber auch, das ist so ein Held, den du halt als Counter-Pick nehmen musst. Den kannst du nicht gegen jede Composition spielen. Und in der Schnellsuche ist es halt, ja, total random, gegen was zu spielen muss. Und da gibt es halt manchmal Runden, wo du richtig hart aufs Gesicht kriegst, ne. So wie die letzte Runde. Ja gut, letzte Runde war aber auch, da waren wir alle ein bisschen Prey in Afghane. Also wir sind ja Step by Step einer nach dem anderen da reingelaufen in den Tod. Das war ein bisschen... So optimal. Ein bisschen ein Hirnhaus, ne. Wenn der erste drin war, so schnell kommt man gar nicht hinlaufen. Wir hätten uns doch einfach in einer Reihe aufstellen können, ne. Das war egal, das war ja... Berlin ist ja immer so viel gestorben, ne. Ja, elf Mal. Der Captain muss ja mit seinem Schiff runtergehen, ne. Richtig. Das war doch ein U-Boote, oder nicht? Ja, genau. Wir waren quasi immer auf Tauchstation, Mann. Was haben die U-Boote gehabt? F-206, oder so, ne. U-206, Alpha, oder sowas, ne. Die U-206 ist schon geil. Da waren auch nur Sylvanas dabei. Wunderbar, ey. Kann ja noch besser werden. Schätze. Mali, wir brauchen dich. Schätze machst du mega schnell. Instant, instant. Nicht nach Auto-Attacks, und nicht nach Schaden. Richtig. Deswegen schnell zur Bot gehst du hier. Und schieß auf das Ding. Bist du da, bist du schon offen. Egal, Pain. Asmodan-O-Zool-Action hier. Sehr gut. Mir geht das Mana aus. Ball. Ja lass wir mal eben Bot einreißen Okay No Mana Me too Ihr easy cams gleich Ich Okay. Part-Camp unten. Die Chess von Zul sind hier. Ja, wir machen eben das Camp hier. Komm, wie hart auf die Fresse. Heal. Ein Heal wäre geil. Oh, sechs Münzen haben wir, ne? Das wir eben bezahlen. Bevor wir die noch verlieren. Wollen wir mal sehen, ob ihr mit 2 Thun klarkommt. Thun Mali. Guck mal, wie schnell du die runter machst. Krass, ne? Okay. Okay. Oh. Für das Licht. Schade, Top-Diffen Hardcamp oben Der Feind hat es auf euch abgesehen Mua, ich werd gefarmt Kein Also vier sind unten Können bezahlen, sollten wir auch tun Nur aufpassen, Li Ming ist gerade top Xul Bot Eventuell drei Hier Ja okay, jetzt kommen die zu Hilfe Was? Nö Ich mein gut, die waren zehn und so, aber Die waren auch nur zu viert Versuchen wir's noch einmal Wir waren zu fünft Vernünftig Sieht so aus, als ob euer Feind bezahlt hätte Euer Feind, ihr Nichtsnutzer Da wollen wir mal das Camp machen Ich bin schon dran Ich bin schon dran Aaaaaaah Wird der gerade überfahren Mali, versuch mal zu bezahlen Drei Leute sind top Kann sich auch zur Not wegblinken Denk diese Küstenschiffer zu den Heiden Ich glaube, da ist ein Duer Feind Ich bin der Hammer, der gerecht nicht heilt Ich bin der Hammer, der gerecht nicht heilt Das ist alles Ja, ich bin der Hammer, der will Ich bin der Hammer, der will Du erinnert Ich bin der Hammer, der will Du das noch nicht erinnert Ich bin der Hammer, der will Ja, mich habt ihr vergessen. Können wir eh nicht aufhalten. Zwei Level über uns, Talent, Lead und äh... Unsere Leute sind hier am Start. Boah, Sylvanas möchte nicht mit... beim Team bleiben, ne? Warum auch? Beуль und rein? Was ist das? Ich bin nicht durch Silvanus macht lieber das so, ich lass mich oben abholen Ja Bus dürfen Na toll, jetzt habe ich meinen Vorhaben abgebrochen, um die Leaming abzuholen und sterbe. Ach, wir können direkt top bleiben und defen, da kommt ein Hardcamp. Ach, wir können direkt auf die Leaming abzuholen. Wir werden hier unten. hm nice GG, let them win und so was denn? Hier ist er dran. Reinlaufen. Ja, erstmal das Hardcamp dann. Okay. Der Gegner ist immer am Abgabering, da müsst ihr hin. Ja. Und noch auf die anderen Noobs warten, damit wir gemeinsam sterben können, ne? Also das Einzelne die ganze Zeit ist ja auch langweilig. Ja, da war euer Gegner wohl schneller. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Euer Gegner hat eine Festung zerschossen. Für das Licht. Ja. 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 Da geht sie hin, die Pestor. Nun denn? Verstehen wir eure Diplodern für meine Dienste. Von dem Hoher könnt ihr euch verabschieden. Warum hab ich eigentlich den Mo Zero Damage? Was ist da los? Sylvanas ist ein Bot übrigens. Ach ja stimmt. Ja auch jetzt hast du aufgefallen, aber... Ja direkt mal reporten, ne? Scheint auf jeden Fall das ganze Spiel nicht gewesen zu sein. So viel zum Thema, dass du uns nicht joint, ne? Was ist da los mit dir, Björn? Was hat denn weggeschmissen oder was? Ich? Ja. Hingelegt, hab mir was aus dem K*** angeholt. Der Feind hat es auch euch abgeholt. Mal ist doch Prost essen. Das ist das beste Essen. Ich mein hier Sock 20 blubbla. Lopbla. K.I. Silvanas folgt Oosa nicht mehr. K.I. Silvanas Ziemlich früh K.I. Silvanas Du hast so viele Benachrichtigungen versendet. Witzig. Boah ganze 3 Kills konnten wir holen. Junge Junge.